Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Monatsrückblick von mir. Heute werden wir uns gemeinsam dem Oktober widmen, der tatsächlich schon wieder vorbei ist. Ich finde, bei so Monatsrückblicken merkt man immer wieder, wie schnell so ein Monat rum ist. Das ist schon bei den Neuzugängen so, die bei mir ja immer zuerst sozusagen kommen. Und es ist sehr faszinierend, wie schnell das immer so geht. So, auch der Oktober, der allerlei Bücher zu bieten hat, einen wunderbaren Urlaub und andere Highlights und schöne Dinge. Und ja, ich denke, da fangen wir einfach mal wie immer mit den Büchern an. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Tee oder ein Käffchen. Ich sitze hier vorm Kamin, der unglaublich herstrahlt. Aber wir machen es uns ja immer gemütlich zu den Monatsrückblicken, wie wir das ja auch im letzten Monat gemacht haben. Und ja, wir fangen mal ein bisschen an mit Statistik. Ich habe 13 Bücher gelesen. Das waren insgesamt 4.924 Seiten. Es war auch ein Wälzer dabei. Und insgesamt sind das 164 Seiten am Tag gewesen, durchschnittlich. Es waren 8 echte Bücher, 4 E-Books und ein Hörbuch. Jetzt muss ich nachreichen, ob das stimmt. Das passt auf die 13. Also tatsächlich auch ein bisschen gemischt. Die Mehrheit, dass es diesmal Bücher tatsächlich sind, hing auch so ein bisschen mit dem Urlaub zusammen, weil ich im Urlaub eben keine E-Books dabei hatte, sondern in der Woche dann auch Bücher gelesen habe, wobei ich im Urlaub tatsächlich relativ wenig vergleichsweise lese, weil ich tatsächlich stundenlang aufs Meer geguckt habe. Aber dazu dann ein bisschen später mehr. Ja, ja, es gab vier Highlights und ich habe mir zwei Flops angezeichnet. Ich glaube, dass ich einen Wälzer gelesen habe, hatte ich gesagt. Das war Origin von Dan Brown mit 672 Seiten. Alle anderen Bücher lagen darunter. Ich gucke noch mal kurz in die Statistik. Und wie auch beim letzten Mal möchte ich die Highlights kurz vorstellen. Dann auch, ja, im Grunde die Flops des Monats. Und dann, ja, nicht über alle Bücher sprechen. Das könnt ihr ausgiebig in der Bücherwoche. Seht ihr die Rezension zu den einzelnen Büchern? Hier möchte ich wirklich nur kurz ein bisschen was dazu sagen. Ja, das erste Highlight in diesem Monat war Size von Neil Shusterman. Das ist der Auftakt einer neuen Reihe von ihm. Und das habe ich gehört auf Audible. Und das war die Synchronstimme von Sean Bean. Also von Boromir aus Herr der Ringe. Oder auch als Ned Stark aus Game of Thrones zum Beispiel. Wobei, ich glaube, Sean Bean ist vielen Filmlustigen auf jeden Fall auch ein Begriff. Und das war schon ein absolutes eigentliches Highlight, dass eben die Synchronstimme dieses Hörbuch für mich vorgelesen hat. Denn ich habe mich da wirklich großartig beigefühlt. Ich fand die Stimme unglaublich gut. Ich finde, das ganze Hörbuch war wunderbar präsentiert. Auch mit so ein bisschen Musik zwischendurch. Und dann natürlich auch, und das ist das Wichtigste, die geile Geschichte. Ich habe von Neil Shusterman noch vollendet, glaube ich, auf dem Sub. Ja, ich glaube, als E-Book. Und habe es aber noch nicht irgendwie gelesen. Und weiß auch gar nicht so richtig, warum. Weil es doch auch relativ gute Stimmen hat. Und habe mich direkt an Zeiss gewagt. Weil ich die Idee mit einer zukünftigen Welt, in der alle Menschen nun endlich leben können, sehr alt werden können. Und auch das Alter behalten können, das sie gerne hätten. Sehr fasziniert hat. Und dass man dann eben diese Zeiss-Gilte hat, die eben so eine Art Todersatz sind. Die also tatsächlich die Menschen dann töten kann. Aus Gründen, oder aus unterschiedlichsten Gründen. Und wir hier eben zwei junge Menschen verfolgen, die ja nicht ganz positiv diesem System eigentlich gegenüberstehen. Und die aber dann ja ausgebildet werden als neue Zeiss. Und ja, das schon sehr brutal war, sehr hart war, sehr strange war, eine grandiose Idee war. Und ich wirklich hin und weg war von diesem Hörbuch. Also die ganze Geschichte fand ich mega spannend. Toll erzählt, sehr bildhaft, sehr lebendig. Aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Und ja, da fliegt schon das erste Speiströpfchen. Also es ist hier gerade echt unerträglich warm. Eine blöde Idee. Und dann auch noch die Softbox anzumachen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Aber egal, ja, also ein ganz, ganz tolles Highlight, was mir mega gefallen hat. Und wo ich mich jetzt schon auf den zweiten Teil sehr, sehr freue. Das zweite Highlight habe ich dann im Urlaub gelesen. Und das war Die Brut. Die Zeit läuft von Etsy Kilbun. Das ist der zweite Teil der Die Brut-Reihe. Wo sich ja eben die Brut aufmacht. Und das in Form eines ganz ekligen Insektes. Und die Welt sozusagen angreift, die Menschen im Nu auffrisst. Und wir eben, ja, aus verschiedensten Blickwinkeln. Wir haben drei, vier gleichbleibende Erzählstränge. Aber immer wieder andere Menschen, die uns etwas dazu erzählen, wie sie etwas finden. Vielleicht auch sogar, wie sie sterben. Ganz unterschiedlich. Und so erfahren wir weltweit, was es im Grunde mit der Brut auf sich hat. Der zweite Teil war mega spannend. Ich war schon beim ersten total hin und weg. Habe mich unglaublich geekelt. Hatte viele Gänsehautmomente. Und so war es dann auch im zweiten Teil. Zum Glück lag ich zum großen Teil der Geschichte am Strand. Weil ich fand das, ich hatte sogar am Strand Gänsehaut. Und das mag bei 32 Grad in Ägypten tatsächlich was heißen. Ein Wahnsinns-Thriller, der mir unglaublich gefällt. Ich weiß, es gibt da auch gemischte Stimmen dazu. Aber ich fand ihn großartig. Und freue mich jetzt schon auf den dritten. Der, glaube ich, soweit ich weiß, im Frühjahr auch rauskommen soll. Dann wieder eine Fortsetzung. Diesmal ein dritter Teil einer Reihe. Und zwar die Gabe der Auserwählten von Mary E. Pearson. Eine Reihe, die ich unglaublich liebe. Dass ich nie gedacht hätte, dass ich sie mag. Ich Kuss der Lüge dem ersten Teil sehr, sehr skeptisch gegenüberstand. Dass es wieder so eine Dreiecks-Jugendbuch-Geschichte ist. Ich aber einfach diesen High-Fantasy-Touch unglaublich mochte. Und ich auch Lia, unsere Protagonistin, sehr ins Herz geschlossen habe. Und auch den Prinzen und den Verfolger. Und wie diese Welt einfach weitergeht. Und ich war tatsächlich enttäuscht, als ich gesehen habe, dass in Deutschland die Buchreihe von der Trilogie auf vier Teile aufgeteilt wird. Also der letzte Teil sozusagen zwei Teile bekommt in Deutschland. Finde ich mega schade. Aber ja, ist jetzt so. Der vierte Teil soll auch im Frühjahr erscheinen. Und ich freue mich auch hier sehr auf den letzten Teil. Und dann war noch ein Highlight, jetzt ziemlich am Ende des Monats, A Swan Song von Robert McCammon, Nach dem Ende der Welt. Eine Endzeit-Apokalypsen-Geschichte, die ich sehr, sehr gelungen fand. Die auch sehr brutal war. An mancher Stelle mir auch persönlich fast schon too much war. Aber es einfach sehr bildhaft war, episch war, sehr atmosphärisch erzählt wurde. Und es etwas war, was ich auch gar nicht erwartet habe, dass es mich so wegflasht. Ich aber wirklich sehr spannend fand, es unglaublichen Spaß gemacht hat, diese Welt zu entdecken. Hier haben wir auch drei unterschiedliche Haupterzählstränge, die uns eben von dem, ja, von der Apokalypse erzählen, von dem Atomkrieg, der im Grunde ja ausgebrochen ist auf der Erde. Wie die Erde vernichtet wird, wurde und wie die Menschen eben sich dabei fühlen, was mit ihnen passiert. Und wir verfolgen eben verschiedenste Menschen dabei. Und das war, war sehr spannend erzählt. Also es war, ja, es war manchmal auch schon echt gruselig. Es war erschreckend. Und man hat halt immer das Gefühl, genau so wehren die Menschen. Und ich mag dieses Gefühl, auch wenn es mit vielen negativen Dingen belastet ist in Büchern, wo man denkt, aber trotzdem noch so negativ, wie das ist, das ist tatsächlich möglich. Und man kann sich die Menschen da einfach so vorstellen. Und auch ein Highlight. Und ich möchte unbedingt in diesem Jahr noch, vielleicht im Dezember, den zweiten Teil lesen, der schon erschienen ist und dann auch die Geschichte abschließt, weil ich möchte wissen, was es mit Swans Song dann am Ende auch zu tun haben wird. Dann kommen wir so ein bisschen zu den Flops. Ich habe, glaube ich, kein abgebrochenes Buch, wenn ich mich irre. Nein, ich habe kein abgebrochenes Buch, aber Bücher, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Und eins davon war White Sands von Geoff Dyer. Das Buch habe ich auf meiner Rückreise angefangen, weil es ja auch so ein Buch sein soll, was eben das Reisen beleuchtet, warum Menschen reisen, warum sie glauben, dass es an Orten, die nicht die eigenen sind, schöner ist, was uns im Grunde ja auch auf Reisen erwartet. Und Geoff Dyer ist wohl ein bekannter Kurzgeschichtenautor, der eben auch in verschiedensten Magazinen auch Berichte veröffentlicht. Und mir hat der Autor bis jetzt noch nichts gesagt. Und ich hatte mich hier auch auf wunderbare Kurzgeschichten über das Reisen, über verschiedene Orte und auch verschiedene Menschen gefreut, die da eben reisen. Ganz oft sind diese Geschichten aber autobiografisch. Heißt das so? Ja. Also von ihm selbst erzählt, mit ein paar Freiheiten wahrscheinlich, die sich nicht unbedingt komplett genauso zugetragen haben. Künstlerische Freiheit, was ich auch absolut verstehen kann. Und ich fand aber tatsächlich die wenigsten Geschichten gut und spannend. Ich fand sie eher so dahinplätschernd. Und ich mochte sehr selten seine Weltsicht, wie er die Dinge gesehen hat. Denn er steht doch recht oben drüber, über den Menschen scheinbar, weil er halt gebildet ist, einen tollen Job hat. Und das lässt er tatsächlich in vielen Geschichten auch so ein bisschen raushängen, wo ich dachte, ach, das macht aber gerade. Dein Geschichtenerzähler nicht sehr sympathisch. Und wenn man jetzt eben bedenkt, dass er sich da selbst beschreibt, wer weiß. Vielleicht war es auch Absicht. Das kann man ja nicht wissen. Aber das hat mir nicht gut gefallen. Und dementsprechend war es eher so okay. Es war auch keine Geschichte dabei, die einem langfristig im Kopf bleibt. Es war so mittelmäßig. Und ja, ich habe es gelesen. Ich habe es auch nicht beendet. Was natürlich auch daran lag, dass man denkt, bei der nächsten Geschichte wird es vielleicht besser oder wird es anders. Oder jeder Geschichte gibt man ja eine Chance. Und es war jetzt auch nicht so extrem grottig, dass ich es mittendrin irgendwo abgebrochen hätte. Von daher war es enttäuschend. Und dann, und ihr glaubt nicht, wie schwer es mir fällt, dieses Buch als enttäuschend in diesem Monat zu beschreiben, ist das neue Buch von Sebastian Fitzek, Flugangst 7a. Wo ich auch nach einer Woche immer noch nicht weiß, wie ich es finde. Und das habe ich auch schon in meiner Bücherwoche gesagt, dass ich, es war entweder Genialität pur oder es war der größte Mist. Und ich finde mich irgendwo in der Mitte ein, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich kann das immer noch nicht. Es war schon irgendwie ein Page-Turner. Es war irgendwie auch spannend. Man wollte wissen, wie es weitergeht. Aber manches hat sich so unecht konstruiert, erfunden, angefühlt. Es waren Zufälle, zu viele Zufälle. Und wie er eben auch so manche Menschen hingestellt hat. Und dann so mit dem erhobenen Zeigefinger. Es war irgendwie nicht mein Fitzek. Es war irgendwie nicht so, wie ich mir dieses Buch vorgestellt hatte. Ich hatte ja erwartet, dass ich als Viel- und Gernflieger tatsächlich Flugangst verspüre. Aber dadurch, dass das so konstruiert in der Luft wirkte und nur damit ich herausfinde, der und der Platz ist da am sichersten. Und dort, ich meine, da brauche ich kein Buch. Da könnte ich mir gefühlt auch irgendwelche Statistiken angucken hoch. Und ja, das ist eine Enttäuschung. Ich will auch gar nicht groß drüber reden, weil es mich selbst am meisten enttäuscht hat. Ja, das soweit zu den Büchern. Was habe ich in diesem Monat ein bisschen gehört? Da kam doch einiges tatsächlich zustande, was Musik angeht. Und zwar habe ich mir das neue Album von Hertz über Spotify angehört, Desire. Ein Album, das mir wieder unglaublich gut gefallen hat. Es ist nicht ihr Bestes. Ich fand tatsächlich, dass es hier so ein bisschen Mainstreamer wirkt. Nicht mehr ganz so genial ist wie andere Alben von Hertz. Aber ich mochte es im Oktober tatsächlich gerne hören. Es lief sehr viel Untertage im Auto und hat mich tatsächlich so jeden Tag ein bisschen begleitet. Auch die neue Single von 30 Seconds to Mars hat mich sofort begeistert. Walk on Water. Ich bin ein Riesenfan von 30 Seconds to Mars und habe mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass da die neue Single rauskommt. Und ich vermute dann auch im nächsten Jahr das neue Album. Und dieser Song ist für mich auch wirklich so ein Hammer-Rock-Song. Und ich liebe auch einfach die Stimme von Jared Leto. Ich finde, da könnt ihr mir auch das Telefonbuch vorsingen. Das fand ich grandios. Und auch die neue Single von Pink, What About Us, finde ich unglaublich kraftvoll und beeindruckend. Und ich mag auch diese Frau einfach, die ich schon seit Anfängern verfolge, ihre Alben alle hier habe. Und jetzt ist ja auch ihr neues Album rausgekommen, zu dem ich im Oktober aber leider nicht mehr so gekommen bin, um da eine Meinung darüber zu haben. Und ja, aber ich mag ihre Stimme. Ich mag diese freche Art. Und ich mag auch einfach die Messages ihrer Songs, die eben nicht nur so, Hallo, ich bin schön und der Typ neben mir auch. Und das singt sie ja gar nicht. Aber ja, das fand ich einfach toll. Und der Song hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und hat auch echt viel Spaß gemacht. Dann war ich im Kino und habe mir Es angesehen, die neue Verfilmung zu Stephen Kings Roman. Ein Buch, das ich zweimal gelesen habe, das allerdings schon ewig her ist und ich mich aber mega auf den Film gefreut habe. Ich die alten Filme aus den 80ern tatsächlich oder Ende 80er tatsächlich gut fand und auch eine gute Erinnerung habe. Und ich ja seitdem wirklich auch so eine kleine Angst vor Clowns haben. Ich glaube, so geht es vielen von uns. Wer weiß, was daran tatsächlich schuld ist, an diesen Clowns, weil das auch viele haben, die es nicht kennen. Und bei manchen Dingen begründet man ja Ängste eben aus der Urzeit, als wenn sich Menschen vor Spinnen, Schlangen fürchten. Dann gibt es dafür ja einen relativ logischen Grund. Aber was das mit den Clowns so auf sich hat, wer weiß. Ja, eine Verfilmung, die ich tatsächlich sehr gut fand. Ich mochte die Atmosphäre des Films. Ich mochte auch, wie sie erzählt wurde. Es war ein sehr ruhiger Film. Es war ein atmosphärischer Film. Er hat für mich nicht ganz das Stephen King Feeling eingefangen, aber es war für mich einfach auf eine andere Art gut gemacht. Also ich sehe es tatsächlich nicht als Verfilmung, sondern als eigenständigen Film, denn es liegt hier der Mehrwert eben einfach auf der Freundschaft dieser vier Jungs und dem Mädel. Und die Angst selbst, die sonst im Buch tatsächlich eher so herrschte, die hat hier so ein bisschen gefehlt und war außen vor. Und ich finde, aus diesem Aspekt merkt man eben, dass man sich nur inspiriert hat lassen wahrscheinlich mehr oder weniger und so sein eigenes Ding gemacht hat. Und das für mich den Film als Film tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat. Als Buchverfilmung würde ich sagen, naja, hatte so ein paar Schwächen, aber ich sehe es wirklich einzeln und daher feiere ich diesen Film, weil ich den wirklich toll fand. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wenn der zweite Teil kommt. Ja, wie es da dann im Grunde mit der Geschichte weitergehen wird. Total geflasht hat mich in diesem Monat dann Stranger Things. Sowohl die erste Staffel, die ich rewatcht habe, wie man so schön sagt, wie auch die zweite Staffel, die ja am 27. Oktober herausgekommen ist. Und ich habe die direkt an drei Tagen gesuchtet. Eine grandiose Serie, die ich absolut liebe, die ich abgöttisch in mein Herz geschlossen habe und die definitiv unter den Top 5 der Serien bei mir aufgestiegen ist. Sowohl die erste wie auch die zweite Staffel. Und es einfach ein Hammerfeeling ist. Eine tolle Atmosphäre ist eine tolle Story. Spannend, packend, gruselig, schaurig, zum Lachen, zum Weinen, zum Wüten sein. Es ist alles dabei. Und dazu wirklich tolle Schauspieler, sowohl die Kinderschauspieler als auch die Erwachsenen. Ich finde das Wahnsinn. Und der Soundtrack ist für mich auch Hammer. Und ja, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Die Serie läuft auf Netflix, ist auch eine Netflix-Eigenserie. Und ja, fand ich toll. Fand ich einfach großartig. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich das letzte Mal auch Essen und Trinken vorgestellt. Und ich möchte stellvertretend für meine Sucht diesen Monat einen hochhalten, nämlich einen roten Apfel. Ja, ich bin tatsächlich im Oktober apfelsüchtig gewesen. Ich habe, glaube ich, in den zwei Wochen nach meinem Urlaub je fünf Kilo Äpfel in einer Woche gegessen, was schon relativ viel ist. Ja. Aber gut. Ich nehme da wirklich zwei Äpfel mit auf die Arbeit. Ich habe das morgens im Müsli, greife abends nochmal dazu. Einen Schubs sind halt vier Äpfel so unter Tage weg. Und ja, wobei ich glaube, die fünf Kilo, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es waren so in, ja, wahrscheinlich, es waren vielleicht auch nur sieben Kilo. Ich glaube, das andere war nur so ein zwei Kilo Kompott, also so ein Körbchen. Ja, auf jeden Fall apfelsüchtig. Es geht für mich aktuell nichts mehr als Äpfel. Ich mag gar kein anderes Obst groß gerade essen. Mich zieht es besonders zu den roten Äpfeln. Ich hatte jetzt auch schon grüne, bin aber eigentlich ein Pink Lady Fan. Das müsste Jona Gold sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Egal. Aber auf jeden Fall ein bisschen zitrisch, schön frisch. Und ich liebe Äpfel. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein Monatshighlight, wie auch etwas, was ich im Urlaub entdeckt habe. Und zwar ist das Guamensaft. Und in meinem Hotel, in dem ich im Ägypten war, gab es, ja, Guamensaft. Zum Frühstück, an der Poolbar, zum Abendessen, überall Guave. Und ich fand das Hammer. Das hat so lecker geschmeckt. Es war so toll. Und dann auch noch so ein bisschen mit Rum und Minze. Und das war dann der Cocktail am Abend. Ach, super lecker. Und ich habe jetzt dann eben auch in Deutschland geguckt, ob es Guamensaft gibt. Und dem ist tatsächlich so. Und da habe ich mich mega gefreut, weil ich mich dann auch hier noch ein bisschen mit Guamensaft, ja, im Grunde begeistert habe. An den Urlaub zurückdenken habe lassen. Und, ja, mir das so ein bisschen, ja, den Abschied ein bisschen leichter gemacht hat. Und ich jetzt auch Guamensaft trinke. Also haltet da mal auf, schau. Ich habe ihn sowohl bei uns in Edeka gefunden, als auch bei Mack kauft. Und super lecker. Also ich finde tatsächlich, wenn man eine gute Qualität hat, ist das was ganz, ganz Tolles. Und es wirklich, ja, also ich habe mich total verliebt in Guamensaft. Ich glaube, ich habe den bewusst vorher nie so irgendwie wahrgenommen, wie dann im Urlaub und danach. Also haltet da die Augen mal auf und guckt, ob das was für euch ist. Ich fand es wirklich mega lecker. Natürlich habe ich in diesem Monat auch wieder ein bisschen gedüftelt. Und ich habe jetzt stellvertretend eine Duftkerze sozusagen da, einen Tart. Und zwar die Düfte von Sweet Mamsel, die nach meinem Urlaub, ja, ständig hier gebrannt haben. In diesem Fall ist es Pink Sugar Marshmallow. Ich habe ein Video dazu gemacht, habe die Düfte, die mir zur Verfügung gestellt wurden, auch vorgestellt. Und bin wirklich ein großer Fan dieser Handmade-Düfte. Und auch gerade von Pink Sugar Marshmallow, der einfach, wie er riecht, wie er klingt, auch riecht so. Ein absoluter Traumduft. Und ja, ich bin ein absoluter Fan von diesen Handmade-Düften. Und es war definitiv nicht meine letzte Bestellung oder, ne, also mich hat dieses Paket, ja, nach meinem Urlaub oder im Urlaub erreicht oder kurz vorher. Und dann habe ich nach dem Urlaub die Düfte getestet. Und ich bin wirklich hin und weg und sehr, sehr begeistert. Nach wie vor liebe ich mein Yankee Candle Glass Black Coconut, das ich unglaublich liebe. Und das ist ja auch einer meiner liebsten Düfte. Ich denke auch so in den Top 5 auf jeden Fall. Und dank des Glases jetzt aktuell wirklich so ganz, ganz weit oben. Weiterhin geliebt habe ich auch Spiced White Cocoa. Und das ist einfach so ein klassischer Teig-Duft für den Herbst-Winter. Und da muss man gar nicht dazu sagen. Ich hatte auch einen Duft, irgendwas Schokoladiges mit Cappuccino, Trüffel, irgendwas. Der leider super lecker roch, aber mir extreme Kopfschmerzen bereitet hat. Was ich dann tatsächlich nicht so toll fand. Und ja, ansonsten ist doch ein bisschen was nebenher auch an Tarzan so ein bisschen abgebrannt hier. Aber ich war ja auch eine Woche nicht da. Und da gab es tatsächlich den besten Duft. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Jahreshighlight schlechthin. Und natürlich gehört es für mich auch in den Oktober. Und zwar mein Urlaub in Ägypten. Ich war eine Woche weg. Ich hatte vorher so ein bisschen erzählt, dass es im Oktober weggeht. Den genauen Zeitraum natürlich nicht ganz verraten. Und war dann eben eine Woche unterwegs. Und ja, war in Hurghada. Das ist ja, ich glaube, der touristischste Ort theoretisch in Ägypten. War ich vorher noch nie. Ich war jetzt zum siebten Mal in Ägypten. Und war gefühlt immer südlicher. Und diesmal hatten wir ja auch eigentlich, so gesagt, so ein bisschen näher am Flughafen. Und dementsprechend hat sich da halt, ja, es ist halt Hurghada gewesen. Und direkt am Strand und ein ganz, ganz tolles Hotel hatte ich. Und ich war alleine unterwegs. Meine Begleitung ist ja krank geworden, sodass ich allein geflogen ist, was erst mal schon zu einem Schock geführt hat. Dann aber relativ schnell ich mir dann im Urlaub gedacht habe, was hast du dich da eigentlich aufgeregt. Und wenn ich ehrlich bin, war es wohl mit der erholsamste Urlaub, den ich je hatte. Weil man macht einfach sein Ding. Man steht auf, wann man will. Man geht an den Strand, wann man will. Man geht abends vom Strand weg, wie man möchte. Man geht ins Wasser, wann man Lust hat. Und man geht eben ins Bett, wie man möchte. Und so war es tatsächlich auch im Urlaub. Das ist so auch oftmals die Zeit, die ich aufstehe, wenn ich eben Frühschicht habe. Ja, der Wecker klingelt deswegen drei nach sechs, weil ich die Nachrichten nicht hören möchte morgens. Und deswegen sind es drei nach sechs. Und so in dem Zeitrahmen hat mich meine innere Uhr dann auch im Urlaub geweckt, was sehr schön war. Denn ab halb sechs in etwa ging die Sonne in Ägypten auf. Und so konnte man ihr wunderbar zusehen, wie sie... Also ich hatte eben auch einen Balkon mit Meersicht. Und konnte da eben wirklich sehen, wie die Sonne aus dem Meer empor kommt. Und war dann auch die erste um sieben beim Frühstück. Die erste um viertel vor acht am Strand. Und war auch gefühlt fast immer die letzte, die kurz nach fünf abends. Da geht halt dann die Sonne weg und es wird schon ein bisschen frisch. Ja, bei 25 Grad wird es frisch. Ja, also wir hatten tagsüber in der Sonne wunderbare Temperaturen. Über 30 Grad. Das Meer ist immer warm. Das rote Meer halt immer so zwischen 25, 27 Grad. Es ist also wirklich nie kalt. Aber wenn natürlich so eine frische Brise kommt und man kommt gerade aus dem Wasser, ist es ein bisschen huschig. Und wenn dann eben so die Sonne verschwindet abends, dann ist es halt auch ein bisschen kühler. Das muss man einfach so ein bisschen dazu sagen. Und abends, wenn halt der Wind geht, brüchte man theoretisch ein Strickjäckchen. Ich hatte keine dabei und es war auch absolut okay und mich hat es nicht groß gefroren. Also von daher, ich bin auch niemand, der eine Klimaanlage im Urlaub nutzt. Von daher auch die Raumtemperatur war absolut angemessen, war nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und man konnte abends aber locker auch bis um halb zwölf auf dem Balkon sitzen. Und ja, oder länger und einfach so noch ein bisschen die Atmosphäre genießen. Das fand ich super schön. Es war ein toller Urlaub. Es war ein tolles Hotel. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und auch zwei Ägypter, mit denen ich auch unterwegs dann war, was mir super viel Spaß gemacht hat. Und man so die Welt eben auch einfach durch die Augen der Einheimischen sozusagen sieht, der Menschen vor Ort, was ich einfach besonders finde. Zudem hat mich im Urlaub auch noch etwas zu einer Geschichte inspiriert, an der ich jetzt seit November schreibe. Dazu aber denke ich dann im nächsten Büchermonat oder Monatsrückblick mehr. Und alles in einem ein erholsamer Urlaub, ein ganz, ganz toller und schöner Urlaub. Und der dann aber auch viel zu schnell vorbei war. Und ja, leider das Ankommen dann tatsächlich ein bisschen von einem Schatten geprägt war. Denn wir an diesem Samstag, an dem ich heimkam, ist ja unser lieber Simba gestorben. Unser Kater, der eigentlich am längsten bei uns war. Der war vorher schon krank. Den habe ich in der Woche vor meinem Urlaub schon zweimal zum Arzt gebracht. Und da hieß es eigentlich, mit Spritzen und Tabletten kriegt man das irgendwie schon wieder hin. Es hat sich wohl dann nicht gebessert, sodass in meinem Urlaub mein Papa auch nochmal beim Tierarzt war. Und da schon gesagt wird, naja, recht lang wird das nicht mehr gehen. Und mir dann auch meine Eltern schon bei der Heimfahrt so ein bisschen gesagt haben, Ja, wir glauben, es wird jetzt Zeit und er liegt nur noch rum. Wir müssen ihn wohl einschläfern. Und ich kam dann aber Samstagabend heim. Und nachdem ich noch was gegessen habe und meinen Eltern so ein bisschen erzählt habe, bin ich halt in meine Wohnung gekommen. Und da lag er dann leider schon friedlich eingeschlafen. Und ich glaube, dass das wirklich ein schönes Einschlafen war. Er war zu Hause. Und er sah auch entspannt aus. Und ich glaube, dass das schöner war als bei irgendeinem Tierarzt. Ja, er fehlt uns. Und ja, auch den anderen so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Katzen hier. Und man merkt, dass die anfangs tatsächlich auch gesucht haben und sich so ein bisschen gewundert haben, wo ist der denn? Aber ich sage mir einfach, er hatte ein wunderschönes Leben bei uns. Und wir hatten ihn ja aus dem Tierheim. Und wir haben, ja, wunderschöne Geschichten über ihn zu erzählen. Und ja, er ist da irgendwo in seinem Katzenhimmel und spaßt hoffentlich mit unseren anderen früheren Katzen umher. Und ja, das war natürlich schon, man kommt so nach dem Urlaub wieder, ist so total wumm. Und das war natürlich schon so ein Einschlag, wo man erstmal denkt, okay. Aber es war, glaube ich, tatsächlich leichter, weil man eben so entspannt war, als wäre es eine Woche eher passiert oder zwei Wochen. Na, dann wäre es vielleicht ganz anders gewesen. Aber ich glaube, er hat sich auch bewusst vielleicht diesen Tag irgendwo ausgesucht. Und es klingt so komisch, aber meine Mama hat schon gesagt, Mensch, er wollte auch nur noch hoch zu dir und wollte da seine Ruhe. Und vielleicht hat er da einfach gemerkt, ja, da kann er jetzt loslassen und alles gut. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass er einfach noch einen Tag irgendwie gewartet hätte. Wäre ja nicht allein gewesen, aber ja, das überschattet natürlich so ein bisschen was. Aber ja, im Herzen haben wir ihn. Und ja, gehört natürlich auch einfach dazu. Der Tod gehört zum Leben. Und ja, in diesem Sinne passt das natürlich trotzdem in den Monatsrückblick. Auch wenn es eben nicht ganz so was Schönes ist. Aber es gehört einfach, ja, einfach dazu. Und deswegen dachte ich, kann ich hier das auch mal so kurz ein bisschen erzählen. Und ja, jetzt gucke ich gerade auf meinem Zettel. Ich habe soweit über alles gesprochen aus dem Oktober. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Was habt ihr so gelesen? Was sind eure Highlights? Habt ihr ein Buch, was ein absoluter Flop war? Wart ihr im Kino? Habt ihr Serientipps? Immer gerne her damit. Würde ich mich mega darüber freuen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der gemütlichen Art des Monatsrückblickes. Schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.